Ich habe noch eine Frage zu Felix Zweier, der hat in dieser Woche angekündigt oder es wurde angekündigt, dass er eine Pause einlegen wird, dass ihn auch dieses Topspiel immer noch sehr beschäftigt. Wie sehr beschäftigt euch das noch, wie sehr beschäftigt euch auch der Nachhall, vielleicht auch in der Mannschaft, Marco, dieses Spiels noch? Ja, grundsätzlich war das Spiel für uns dann natürlich irgendwann. Es hatte natürlich einen gewissen medialen Nachhall, durch Randerscheinungen auch. Aber wir haben das dann relativ schnell abgehakt und hatten die nächsten Spiele auch vor der Brust. Ich glaube, dass das eine persönliche Entscheidung von Felix Zweier ist. Wenn man in dem Bereich arbeitet, wo wir tätig sind, ist auch klar, dass du immer wieder Dinge über dich hören musst, immer wieder Dinge über dich lesen musst. Damit musst du umgehen können, das ist klar. Ich wünsche ihm da jetzt eine gute und ruhige Phase vor allen Dingen und dann wird er wahrscheinlich auch wieder zurückkommen und Fußballspiele pfeifen. Eine kurze Nachfrage, werdet ihr da auch bereit, nochmal in den Dialog zu gehen? Also ich bin immer für Dialog. Also es geht jetzt nur um mich persönlich. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt großartig um den Verein gehen muss. Ich bin immer für Dialog. Ich glaube, ich habe irgendwann mal letzte Saison noch in Gladbach auch mal einen Kaffee mit Herrn Eytekin angeregt. Also ich bin immer zu allem bereit grundsätzlich, weil es natürlich Sinn macht, sich über grundsätzlich zu unterhalten, weil man dann so ein paar Sachen auch mal von beiden Seiten hört und andere Blickwinkel bekommt und sich ein paar Dinge vielleicht auch auflösen. Nochmal, wir haben an diesem Spieltag einfach nur für uns uns nicht richtig behandelt gefühlt. Wir hatten den Eindruck, dass die Schiedsrichterleistung nicht gepasst hat. Das haben wir kundgetan. Und dann geht es aber grundsätzlich auch weiter. Aber ich persönlich bin immer gerne für alles offen. Und nochmal wünsche ich jetzt Herrn Zweier einfach eine gute, ruhige Zeit und hoffentlich mit dem Ergebnis, dass er dann wieder Spaß daran findet, Fußballspiele zu fangen.